Herbst sale 2024 das haben sie letzte drei wochen bei uns gesehen sie haben gesehen wie fleißig haben wir unsere lager für weihnachtsartikel aufgeräumt und sie haben so viel profitiert davon und heute leider muss ich sagen das ist die letzte tage letzte sendung wenn sie haben diese chance unsere unglaublichen preisen kriegen und heute wir haben sogar neuigkeiten für sie das ist unseren akku leuchtkugel ich finde das so schön so groß ich liebe diese akzente ja ich liebe diese diese verschiedene leuchtquelle überall zu hause und genau diese kugel haben wir heute rebecca ja du hast es als erstes gesagt hast du sie gesehen hast boah ist die schön groß und wissen sie was die kann sogar in unterschiedlichen farben leuchten genauso wie sie es mögen also das ist wirklich kaum zu glauben sie sehen es ist eine tv premiere jetzt schon im herbst sale also da wollten die kollegen ihnen wirklich was gutes tun die disponetten muss ich wirklich sagen das ist wirklich ein unglaublicher preis für so eine große kugel die spritzwasser geschützt ist sprich für den außenbereich gedacht ist und die sie so illuminieren können wie es passt und dazu kommt eine kostenfreie app zu ihnen nach hause die habe ich hier jetzt gerade geöffnet die ist verbunden mit meiner kugel und dann kann ich hier beispielsweise ein grünes licht einstellen ein lilanes licht also genau so wie sie es mögen das kann natürlich hier guck mal lila schön rot geht auch orange das kann natürlich auch ein ganz normales weiß sein so ein tageslicht weiß vielleicht auch ein bisschen wärmer sie sehen ich drehe hier immer am bedienfeld und entsprechend reagiert diese lampe auch ich kann sie dimmen wenn ich es noch mal ein bisschen gemütlicher haben will und wenn du meine party hast hast du hier sogar eine musiksteuerung das heißt die kugel reagiert mit der musik und zwar zum beispiel in verschiedenen farb wechseln das können sie auch einstellen hier im bereich szene nennt sich das guck mal jetzt habe ich hier die szene ausgewählt schön nennt sie sich siehst du das jetzt das ist wirklich schön richtig schön harmonisch mit den verschiedenen farben die kugel die können sie auch so total flexibel platzieren wir haben hier ein akkubetrieb sie laden das ganz einfach per usb auf sie können die genau so hinstellen wie wir es hier haben wir haben aber auch im unteren bereich noch einen haken integriert und sie bekommen sogar ein seil mit nach hause so dass du die richtig schön mal von einem großen baum runter hängen lassen kann das stelle ich mir auch grandios vor oder wahrscheinlich zwei oder drei stück natürlich sie auch also für diesen preis sie muss unbedingt schnell sein sie sehen wir haben einen kostenlosen app wählen akku betrieb also keine batterie nichts wechseln nicht nachtragen das alles für 19 euro bei pearl.de übrigens haben wir sehr schön preis das liegt bei 31 euro sie sparen dazu 18 euro nur weil sie fleißig immer party for anschalten weil wir haben immer noch unseren help sale und wir haben sogar neuigkeiten bei unserem help sale sie zahlen 19 euro und 99 cent für unseren leuchtkugeln ich bin wirklich begeistert weg also ich sehe das zum beispiel auch beim haustür von beide seiten oder irgendwo auf die terrassen einfach auf dem gras oder diese auf dem tisch diese hohe vasen kennst du diese hohen vasen wo normalerweise so buchspäume drin sind da würde ich dir einfach drauf stellen finde ich viel viel schöner das ist wirklich hervorragend ich liebe es also diese kugel fasziniert mich absolut zu diesem preis ich weiß nicht wieso die kollegen so nett jetzt gerade zu uns sind auf den letzten metern im herbst sale weniger als 20 euro für so ein highlight das ist wirklich wieder fantastisch zu gut um wahr zu sein eigentlich also sie müssen auch unbedingt schnell sein natürlich macht sinn alles zusammen bestellen mit einem usb netzteil und natürlich ich sage bestellnummer für unsere unglaubliche schöne leuchtkugel dass es zx 83 57 und die 569 noch mal nur 19 euro 99 cent sie müssen wirklich schnell sein bleiben sie dran